Als Leiter der Steuergruppe hier bei Garosserie Suisse habe ich mithelfen, den Garosserie Reparatur zu entwickeln. Nach diesem Image-Film möchte ich Ihnen gerne noch genauer erläutern, worum es hier geht. Der Ursprung ist wirklich aus der Branche, aus der Reparaturkommission, aus anderen Kommissionen haben wir gesagt, wir müssen etwas machen, dass wir wirtschaftliche neue Leute haben. Wir haben mit Abklärungen gemerkt, dass das Bedürfnis für die Jugend eher belehren ist. Also, die wollen das Handwerk lernen, die wollen sich weiterentwickeln. Die Idee ist grundsätzlich, dass wir an neue Leute kommen, an ein neues Klientel von Jugendlichen, die wir bis jetzt nicht ansprechen konnten. Es geht darum, grundsätzlich Jugendliche einfach in unsere Branche zu bringen, damit wir sie nachher weiterentwickeln können. Der Garosserie Reparatur ist so konstruiert oder entwickelt, dass er schulisch schwächere Schüler, wenn man das so sagen darf, dass er weniger schulische Anforderungen hat. Dass wir mit diesen drei Jahren uns anpassen an Leute, die bis jetzt die Lehre nicht machen konnten, weil sie einfach in der Gewerbsschule nicht mithalten konnten. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass wir auf der Branche sehr viele Tagesgeschäfte haben, die einfache Amt arbeiten in Anführungszeichen. Es geht vor allem um sich wiederholende Arbeiten. Dass wir die haben, dass wir viele von denen haben. Und dass wir eigentlich der Garosserie Spengler, der eine vierjährige, sehr umfangreiche Ausbildung hat, nicht immer auslastet in seinem Wissen und in seinen Fähigkeiten. Dass man durchaus jemanden einsetzen könnte, der ganz gezielt auf das Massengeschäft, auf die vielen Arbeiten, damit umgehen kann. Es ist ganz klar das Ziel, unseren Fachkräftemangel zu bekämpfen, dem entgegen zu haben. Wir kommen darauf zurück. Es ist auch eine Idee, die Schnittstelle zum Garosserie-Lackierer zu verbessern. Es ist schon lange ein Thema, seit Jahren. Dass wir zwei Gruppen haben. Dass das Verständnis nicht so gut ist. Wir wollen das Verständnis fördern für die weiterführenden Arbeiten. Wir wollen die Übergänge optimieren. Wir wollen die Übergänge auch wirtschaftlicher machen. Und das ist auch ein Ansatz, den wir hier drin verpackt haben. Schlussendlich ist es ein Mann, der über die Tagesgeschäfte, über die allgemeine Reparaturpraxis Überblick hat, wo uns helfen kann, den grossen Teil der Arbeit zu machen. Und somit auch junge Berufsleute haben, die wirtschaftlich einsetzen können, die im Betrieb sicher ihren Platz finden. Der Beruf ist, wie alle anderen Berufe, die wir auch haben, geleitet durch die Handlungskompetenzbereiche. Also die Ausbildung ist geleitet. Wir haben drei grosse Gruppen beim Garosserie-Reparatur. Demontieren und Montieren von Garosserie-Tellen. Das sind Standsetzen von Garosserie-Tellen. Wir haben wirklich gemerkt, das ist der grösste Teil von unseren Arbeiten. Und dann, wie angesprochen, der Teil in der Lackiererei, der vor allem das Verständnis für die weiterführenden Arbeiten fördern soll, das Grundbeschichten von Garosserie-Tellen. Was hier ganz klar fehlt, wenn wir genau darauf eingehen, ist die Strukturteile, die Arbeiten an Chassis. Das lassen wir nach wie vor beim Garosserie-Spengler. Ich möchte kurz darauf eingehen, etwas aufs Neuere. Was macht der Beruf wirklich aus? Es ist das Demontieren und Montieren von Garosserie-Tellen. Das ist wirklich der grösste Teil, den wir machen. Er kontrolliert einfache Beschädigungen. Er sieht, ob das Teil kaputt ist, ob wir es ersetzen müssen. Er kann einen Vorschlag machen, wie man es repariert. Er kann das dokumentieren, sprich auch Teile aufschreiben, die man ersetzen muss. Er macht einfache Prüfverfahren im Elektronikbereich. Das heisst, den Tester anhängen und einfach mal auslesen. Also nicht komplexe Arbeiten, sondern die Standardarbeiten, die wir täglich haben. Und dann natürlich Schlusskontrolle, wieder mit Tester, mit Sicht, um zu schauen, dass das Fahrzeug fertig ist, um zu abliefern. Das Instandsetzen von Garosserie-Teilen. Wir reparieren, Karosserie-Teile ausbeulen, und Demontage-Montage, also das Fügen, das Einstellen. Und man sieht hier wieder, wir sind immer noch bei den Garosserie-Teilen. Das heisst, wir sind beim Rahmen des Fahrzeugs, beim Flügel, bei Stoßstangen, bei einfacheren Sachen, bei Türen, nicht in die Struktur hinein. Ganz klar, das ist der wichtige Unterschied. Und von mir aus gesehen, auch eine ganz sinnvolle Ergänzung zu unserer Tätigkeit. Was neu ist, und das ist die dritte Handlungskompetenz, das ist nicht ein Drittel der Arbeit, sondern das ist einfach noch ein Teil, den wir wirklich jetzt im Lackierbereich nicht konkurrenzieren wollen. Es wird nach wie vor ein Spengler bleiben, aber ein Spengler, der mehr Verständnis hat, mehr Kenntnis über die Weiterführung, weiss, wie ein Teil nachher grundiert wird, der in der Spenglerei ein Kulturradarfi führt, dass wir das rüber erschaffen, dass wir die Übergänge besser organisiert haben, dass wir die Schnittstellen massiv verbessern können. Das sind eigentlich die Handlungskompetenzbereiche, die ich euch so ein bisschen erklären möchte. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, mit dem Karosseriereparateur, glaube ich, haben wir einen Mann, der einen grossen Teil der Arbeit ausführen kann, der in das Bindegelehr, oder zwischen deinen Passen, zwischen den Grossereispenglern, den Grosserielackierern, Lackierassistenten, sodass wir ein viertes Modul haben, das wir im Betrieb sinnvoll und wirtschaftlich einsetzen können. der EBA ist eine sehr, ganz hohe W tetes, damit wir uns im Betrieb Actis, aber das wir uns im Betrieb tun können, Vielen Dank.